Hallo Leute und Willkommen zu einer neuen Runde Castlecrashers mit mir und dem Luke. Und ich nehme hier einfach Ihre Ansage. Copy, paste aus der letzten Runde. Das war meine Runde, meine Ansage. Dieses Level, wir machen das Level jetzt so oft, bis wir Level 50 sind und dann ragen wir hier durch. Eigentlich ist es ja schlauer, wenn man einfach, wer egoistisch spielt, spielt auf Schaden. Weil der, der tötet dann immer, kriegt die Punkte, kriegt die Level und kann dann mehr auf Schaden bauen. Der Witz ist, ich spiele auf Magie, ich töte andauernd irgendwelche Viecher, aber ich krieg überhaupt gar keine Level. Mein Gott, mein Gott, oh ja. Von daher. Das ist mein Ziel. Was war Hamster? Ich wollte nur Hamstern für dich. Das ist doch ein Assi. Aber Nico, ich glaube, dass du wiederbelebenskommst, dass du auch da ist, B. Und da immer so knapp. Du gehst einfach nur die ganze, die eine Taste. Oh Luke, Feuer! Nico, welche Taste drückst du denn die ganze Zeit? D. E? Oder D? Warum E? Mach E mehr Schaden als D? D, nochmal. Achso, sorry, Gold. D, wie deine Brust... Was? Bro, verdammt, ich kann mich da nicht mehr rausrennen. Ja, siehst du? Deine Brust-Rostkost. Ach, das ist das. Deine Bruderschapf-Ds. Wie dein Name? Wie hast du deinen Namen, Nico? Ich heiße Dani, wie hast du deinen Namen? Verdammt! Äh, Dani, ich weiß nicht, was mit dir anfängt. Was soll ich sagen? Dani, ich weiß nicht, was mit dir anfängt. Warte, du. Ein schönes Wort mit dem. Keine Ahnung. Dani! Ditten. 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 Oh, wenn ihr Essen habt, ne, das wäre teure. Du hast doch ein Brot. In a Richmond. Das bringt aber nichts vom Essen. So, einschlagen, Lukas. Lukas, mach das Tor kaputt. Mach den Tor kaputt, Lukas. Ja, wir müssen das X mal wirklich schneller machen, oder? Damit wir hier weiterkommen. Ja, Lukas, mach doch bitte mal das Tor kaputt, du kriegst einzig noch ein Brotharzt. Oh ja, so, tatsächlich mal eins. Ja, siehste? Und du haust einfach dagegen. X, schneller! Wow! Ich hoffe, wenn wir das direkt... Ähm, so... Lass doch mein Brot nicht ablaufen. Du, er entfällt! Du, er entfällt, das ist nicht so. Okay, ich bin tot. Mein Schrei kann immer so Butter, 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 Butter auf alle Füsche. Alter, das ist ja Magier, ne? Die facken wir so ab. Alter, die sind wirklich richtig hart. Geh weg von meinen Gold! Ich kümmere mich um die Magier. Oh, der ist schon tot. Oh, Dani, komm, Bus, komm! Oh mein Gold, ich fände keinen Spaß! Auf einmal raged Dani richtig rum, alle Gegner tot. Oh mein Gott! Ich hübsch, ich... Ich hübsch. Ich hübsch. Nee, komm, lebe ihn wieder! Ich würde zwar eh nicht lang halten, aber... Lebe ihn wieder, lebe ihn wieder! Dann lebe ihn wieder! Dann lebe ihn wieder! Lebe ihn wieder! Lebe ihn wieder! Hä? Naja, ihr müsstet... Achso, ich wurde abgebrochen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Oh! Lord, was ist das denn von dir? Oh, sorry, du kannst ihn noch gar nicht. Irgendwie leckst du bei mir grad. Den kannte ich noch gar nicht, den muss ich mal machen. Warte nicht so weit vor, rennen, gleich in die Gegend. Ich bin wirklich klug. Oh Gott! Alter, der Move ist neu. Also für mich... Für alle anderen... Da ist das, was ich da mag, ja! Jawohl, das ist mal die Mario. Ich bin tot! Oh, Lukas, du bist so unnütz! Okay, warte, ich würde es gerne abbrechen. Lukas ist richtig unnütz! Sorry, Luke, besser ging es nicht. Ich dachte, ich schaue es eh nicht. Ja, doch eh bei Lukas egal, das stimmt eh gleich wieder. Oh ja, stimmt, weil irgendwie einer der wenigen ist, die wirklich mitkämpfen. Oh, warte, nur du und ich. Ich kenne auch die ganze Zeit. Das ist eine Aufnahme, die du dir leider nie anguckst. Hey, ich schaue deine Folgen vor allem an. Klar. Also, in denen würde ich nicht dabei sein. Aua, 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 aua. Ich sterbe nicht, ich sterbe nicht, ich kassiere nicht, ich komme nicht hoch. Der Mager greift mich immer wieder an. Komm, feif dich mal! Warte, ich komme. Ich bin durch, links. Ich habe das richtig kassiert. Oh, Lukas, das ist so unnütz! Geh mal ein bisschen mehr auf Parteien, guck. Du stirbst jede Runde, merkst du das nicht? Ich schweige. Ich bin tot. Einmal. Jetzt erst mal eine Aufnahme, wow. Nein! Nein! Sorry, Dani, ich schaff's nicht. Nein, hilf mir doch. Ja, warte, ich muss dir erstmal helfen. Ich glaube, die Chance ist größer. Ich habe Gold, hier liegt Gold bei mir. Hier liegt Gold, hilf mir. Hier liegt Gold bei mir. Okay, warte. Schneller, schneller, schneller. Mach einfach, danke. Das war sehr schlecht, aber okay. Ich habe es eigentlich genau richtig. Ich habe ein bisschen zu früh, aber so knapp war das dann doch. Essen, 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 Gold ist auch okay. Wie man sieht, habe ich echt versucht, mich zurückzuhalten, aber das mich einfach in so einem Feuerzauber belegt, ey. Oh, Leute, der Stamper, guckt euch den an. Oh, fuck! Hat jemand den Move gesiegt? Beläten und Bilder, beläten und Bilder! Ich kann nicht. Kommt her! Ich glaube, da würdest du auch mehr kaputt machen. Danke! Ciao! Ach, Dani, Dani, weißt du, warum das so schwach gerade war, meine Wiederbeleben, weil du so viel auf Leben gebaut hast? Oh, war das auch eine Ausdauer? Bei Luke hatte ich gerade genauso viele Punkte, die hat einfach sein ganzes Leben wiederbekommen. Stopp, bleiben wir stehen, bleiben wir stehen, machen wir diese Viecher hier kaputt und lass mich mal ein bisschen was essen. Habt ihr was raus? Ja, Golf oder Essen. Wenn es Essen ist, würde ich es gerne nehmen, oder wobei alle brauchen es, ist es egal. Yes! Ich brauche Essen, ich brauche wirklich dringend Essen, bitte. Nicht nur du. Oh, Mann! Wir brauchen alle Essen, Dani. Das hast du, Dani. Das habe ich nicht bekommen. Was hast du bekommen? Ne Yoshi war das bekommen. Nein, garantiert nicht, ich stand ganz links. Und ich auch nicht, guck dir mein Leben an. Und Luke. Ich wäre voll gewesen mit dem Essen. Ich hätte auch gerne essen. Nico, wir essen. Oh, fuck. Wie haben wir die nicht erst gemacht? Ja, schlimm, ne? Geh weg. Ging ja nicht. Geh weg. Wenn das gegangen wäre, Mensch. Distanz. Aber das Gute ist, ich glaube, wir können an ihr, es hat gerade gespeichert, glaube ich. Ja, ich denke, das nächste Mal können wir ab hier. Oh, Gott. Und wir wissen genau, dass wir fähig werden. Das wissen wir alle. Yoshi, komm her. Nein, nein. Nein. Jawohl, noch geschafft. Oh, Gott, mal. Guck mal, wie genau du das gemacht hast. Die stehen einfach immer wieder auf. Kann sein, dass man erst irgendwie was machen muss? Irgendwie nach hinten laufen muss? Nee. Nee. Die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Die gehen kaputt. Aber wann? Die stehen immer wieder auf hier. Oh, guck dir die Kombi an. Guck dir die Kombi an. Oh, 14. Dani, drück mal D und W immer nacheinander. Das ist voll gut. D, 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 D. D, 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 D. Oh, die ist wirklich gut. Gute. Dieser. Gute Kombi. Leute, der Stampfer. Guck, leck das an. Haben wir geschafft? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, Leute. Ja, nach rechts. Warte mal, warte mal, muss man kurz raten. Ich glaube, dieses Spiel... Nein, hier rechts. Ich will ja nicht die 2000 Fenster nehmen. So innoviert ist es dann noch nicht. Innovatives System. Ich glaube, wir können nebenher. Aber Dani, das kann ich erst. Ich kann mich erst wieder bewegen, wenn hier... Parkgegner weniger sind. Ja. Ey, ich bin ein roter Typ mit einem Schraubenschlüssel. Fast wie ein Klempner, der immer nach rechts läuft. Ich möchte mich nicht so ein ins Fenster lehnen, aber das... Ach, Lukas ist mal wieder tot. Ach, Dani. Liegen Sie da drüben, die Dame. Ich glaube, Sie sind hier gequem. Wie macht sie da in die Tank? Oh mein Gott. Was muss man ja ab und zu können, dass sie auch wirklich Tandy baut? Alter, die... Hau mich die ganze Zeit noch ein. Alter, 55 Schaden macht der... Okay, zieh sie mal, kalt sie mal. Oh shit. Nicht so die Idee. Alter. Alter, der Move. Guckt euch meinen Move an. Der Move, das fängt sie. Ich versuche ihn mal zu Lukas, Robert. Oh mein Gott. Wie ist er zu Lukas? Wie ist er zu Lukas? Oh shit. Achso, ich dachte, Nico hätte sich schon wieder überlebt. Nein. Okay, da haben wir ein kleines Problem. Guckt euch den Move an, warte. Digma. Lebst du noch? Ich verstehe nicht irgendwie zwischen diesen Prototypen kaum. Ja, weil ich gerade auf die Fresse... Aua. Ja, steht auf so viel Gold wie möglich. Äh. Mein Wahl scheißt auch Gold. Komm zu meinem Wahl. Oh, okay, okay. Na dann. Oh mein Gott. Noch einen kassiert. Aua, ich brenne. Weg da. Uff. Sam, doch... Ich bin tot. Und ich auch. So geht's jetzt. Ja genau, ihr hast du da um. Lukas muss einfach mal auf Verteidigung gehen. Nee, ich will aber den vorletzten Zauer, den letzten Zauer haben. Ja, okay, den letzten Zauer kann er sich jetzt auch noch holen. Okay. Das ist nur ein Punkt und dann können die anderen Punkte auch. Bitte, bitte lass uns... Nein, oder? Nein, nein. Nein, nein. Ja, wir müssen nur... Oh, aua. Aua. Oh, das ist wirklich der Anfang. Nein, wir müssen wieder hin. Ja, das ist der Anfang. Das ist doch nicht richtig, oder? Nein, das ist doch nicht der Anfang, oder? So, haben wir es falsch ausgesehen? Kann sein, dass wir vielleicht weiter hinten auswählen können, auf der Karte. Können wir mal probieren jetzt, oder? Können wir mal starten? Start werden, oder? Ne? Start drücken. Start. Doch, warte, zurück zur Karte. Oh, oder können wir das machen? Mach mal bitte. Können wir hier irgendwie hin? Vulkan-Arena ist der Ganze. Ne, ich glaube, wir müssen... Ne, ich glaube, wir müssen die Vulkanwelt wirklich komplett durchspielen. Also, da gibt's einen neuen Shop, ne? Mali! Wollen wir mal Vulkanladen gehen? Jo! Ne, machen wir doch wieder in der letzten Auffolge. Ne, vielleicht kriegen wir jetzt gute Waffen und shoppen das dann auch. Das ist ne Idee. Das ist... Ja, ne? Dani ist voll schlau. Warte mal kurz. Wir streiten uns jetzt auch noch nach fünf Minuten. Welche war für die Bed-Stays? Was? Ach, halt's mal. Oh, der ist doch schon hartig. Die Angebote sind heiß. Warte, was sagt der? Was sagt der? Ab Level 10. Alter, Bomben. Kann ich mir die kaufen? Bomben? Einwunder Verbrauchsgegenstände. Was ist das denn? Erhöht deine Verteidigung. Oh, ich will ihn haben. Ja, geht leider. Hier sind Brote. On Sandwich nur 15. Nehmt euch doch mal eins mit, oder ein paar. Oder eins zumindest. On Sandwich? Plus fünf. Das wäre was für Dani. Die kann ein paar Sandwiches snacken. Ja, komm, halt's mal. Was denn, mit deinem Geld? Okay, ich hätte gern diese Waffe hier hinten, ne? Die Elixiere. Ah, Level 10. Ich bin der Einzige, der die nicht kaufen kann. Ne, ich kann die aber auch nicht. Bei mir wird's auch rot angezeigt, wenn ich die kaufen will. Vielleicht müssen alle Level 10 sein dafür. Oh, Nico. Kannst du das denn drücken, Dani? Ne, was soll ich denn drücken können? X. Wie alt ist der X? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Ja? Du bist da? Ne, ich kann's nicht kaufen. Ja, gut, dann ist das wahrscheinlich... Ich nimm mir, glaub ich, einen Sandwich mit oder so. Okay, dann gehen wir nochmal auf Level versuchen, oder? Nehme mir ein paar Sandwiche mit. Hab ich mir jetzt welche gekauft? Ich kauf mir irgendwie gar keine. Ah, ich hab jetzt... Du musst mit D kaufen. Übrigens. Mit D? Jetzt kannst du mal probieren, ob du das Ding da vorne kaufen kannst. Jetzt hast du nicht mehr genug Geld. Oh, warte, müssen wir ein bisschen mit dem Ball spielen. Ah, hallo. Warte, komm, wir spielen den Ball. Nein, lass mich die Sachen aufzummelen. Lass mich die Sachen aufzummelen. Du willst jetzt ernst? Ach so, du willst das... Das dauert aber ein bisschen, glaub ich. Los, Wahl! Los, Wahl! Los, Wahl! Los, Wahl! Da kommt schon, Wali. Komm her. Hab nur so einen langsamen Fall. Du willst ernst aufwarten, bis der viermal kackt? Noch viermal! Noch dreimal! Ewe, Wewe, 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 Wewe... Seht ihr ganz ehrlich? Los, Dani! Du musst jetzt ausweichen. Leute, habt ihr die hinten? Hätt ich mehr Geld aufsammeln können, hätten wir das probieren können. Ja, hätte ich mehr Geld aufsammeln können. Hätte ich mehr Geld aufsammeln können. Hätte ich mehr Geld aufsammeln können, hätten wir das auch probieren können, Dani! Geht weg! Nico, geh weg! Nicht, dass du auch wenn das Geld einsammelt. Oh Gott! BAM! Ich versuch gerade so allgemein, wo ich hier eine Waffe zu kaufe, also bitte. Ja, Luz, hast du mich richtig gemacht. Noch einmal, noch einmal. Der ist von der Sau. Sorry. Komm, Val, komm, los. Oh, ich kann sogar zwei Pfeile schießen. Mach schon, Bali. Ich nenne dich... Waltraud. Los, Waltraud. Waltraud. Waltraud hat gewacht. Waltraud. Jaaaa! Und ich nehm... Warte mal, bringt mir der eigentlich mehr? Ja, tatsächlich. Oh, meine Leute, ich hab kein Geld mehr. Der eigentlich mehr? Oh shit, ich hab auch noch ne Bombe dazu gekauft. Alter, wo ist mein ganzes Geld hin? Hallo? Alter! Ah ne, das ist Dunnies, ich dachte, das ist Dunnies. Äh, es ist meins. Ich bin leid. Ich bin leid. So, ich glaub, wir müssen dieses Lable wirklich so schon. Ja. Ja, kommen wir nochmal. Schaffen wir. Jetzt wird dann bestimmt sich die ganze Zeit Geld snacken mit der Aussage, ich hab doch gar nichts. Jaaaa! Find ich auch, ich hab gar nichts mehr. Lass uns doch erstmal auch diese Waffe kaufen. Nein, gib mir Geld. Ja, wenn wir die Waffe haben, dann können wir auch locker durchranchen. Zum Fall ist hier so unglaublich, Danine. Dann ihr schafft es in Koop-Spiel in PvP! Stimmung-Apps umzulassen. Ja, ist doch so. Alter, ihr sammelt mir ganzes Geld auf! Ihr Mieses-Ein-Kinder! Das ist nicht deine Waffe! Versuch jetzt, sei die keinen Cent mehr bis zum Ende des Levels zu lassen! Schaffen wir nicht, schaffen wir nicht. Keine Chance! Was heilig! Die kämpft ja nicht um die Verteilung. Die ist nicht verhindern! Die ist zu approved darin. Da würde ich anfangen zu beigen. Da hast du schon ihr erstes Gold. Da, indem ich gekämpft habe. Ich hab jetzt alles richtig erkämpft. Der verdient, dass du putzen. Ah, die Klappe! Jawoll! Niko, endlich da mit 10! Jetzt geh ich erst ab! Und direkt 2 Gold! Oh Gott, es geht ab! Das ist mein Gold gewesen! Danni, sei ruhig! Ich hab gar nichts mehr! Ich bin so arm! Mein Essen! Mein Gold! Einfach! Könntest du's nicht einfach nehmen, ohne was zu sagen? Weißt du, ich versuch's immer noch so sneaky hinten rum zu nehmen, aber... Danni, rett euch! Mein Essen! Mein Gold! Meine Waffe! Mein Deutschland! Meist! 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 Danni, du warst voll, ne? Das war ein bisschen behindert. Nein, war ich gar nicht! Das hat mir gefehlt! Du warst voll! Nein, das hat mir gefehlt! Ich hatte nur noch 95 Prozent! Lukas, stopp doch eh! Wer sollst du bitte sonst nehmen? Oh, voll in die Flamme! Äh, ich! Ich? Ich hatte genauso viel wie du! Ich bin dadurch erst voll geworden! Das hat's doch! Joshi! Eiskalt! Mach dir jetzt das Tor auf! Ja, wer hat denn Brote gesnackt? Gerade beim Karolen? Ja, ich hebe mir den auch für den Bossfight auf! Ja, ich hebe mir den auch für den Bossfight auf! Okay! Wieso habt ihr euch eigentlich eigentlich... Du hast zwei dann? Ich hab nur eine... Ja, ich hab jetzt eine aufgesammelt! Ich hab nur eine gekauft! So, jetzt hab ich auch rein! Danni, mach du! Du bist ja eine, die die frei hat! Lass... Lass doch... Lass doch hier noch... Lass doch hier noch ein bisschen Brote farmen! Die kommen doch immer wieder, die Viecher! Und dann hat jeder Brote! Mach mal jetzt so, bis jeder so fünf Brote hat oder so! Und weggehen wirklich! Das ist dann auch wirklich fair! Ja! So, dass jeder nachher fünf Brote hat oder so! Ich weiß nicht! Der droppt also auch ein Brot! So, das nächste dann! Hat Lukas zwei! Ich hab noch eins! Ich hab auch... Ich hab eins bisher! Ja! Okay, dann Joachim nimm du dir das! Guck mal, das nennt man fair trade! Ah, die Klappe! Das sind fair trade Centfiles! Okay! Das lässt sich so... Ja, mein Viecher ist so genial! Dann hat jeder zwei! Ja, okay! Einer muss drei haben, wenn er die Tür einreißt! Ja, dann krieg ich erst erst mal zwei! Nein! Danni hat erst mal drei! Okay! Danni, mach die Tür auf! Nein! Boah! Ich will da zu langsam früher! Hab doch gemerkt! Das ist kein Problem! Kannst du zwei Brote nehmen! Wo ist der drei? Nein! Ich nehm keine zwei Brote! Danni! Kannst du einmal ein netter, vernünftiger Spieler sein! Es reicht, dass du kein für ein vernünftiger Mensch bist! Ah! Danni! Danni! Ernsthaft! Okay, wir machen jetzt alle fünf! Danni! Geh nach rechts raus! Geh nach rechts raus! Danni! 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 Ganz ehrlich! Gleich lass ich's mit dem Let's Play! Drei! Oh, jetzt hab ich erst drei! Sorry! Oh, jetzt hab ich erst drei! Boah, ihr macht halt auch schon drei, ey! Ich hab zwei! Wie zum... Wie hast du immer nur am Brotfarmen? Ja, schrecklich, ne? Ich fang auch noch mal mit! Oh, ich hab vier! Oh, ich hab vier! Jetzt halt halt ich mich mal kurz raus! Bleib mal lieber nach links bitte! Nicht zu mir! Danni! Oh, wie sie schon wieder hin? 6! Okay! Okay! Jetzt müssen wir mindestens, dass man mehr als fünf tragen kann! Danni! Das war ein Versehen, dass du mir hin gehauen! Ja! Das war ein Versehen, dass wir zum Himmel laufen! Genau! Danni! Ich hab noch ein Versehen! Oh! Danni! 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 Magni, nicht zu mir hin, verdammt. Okay, ab nach links schlagen. Da kommt ein Brot. Vier. Gut. An dieser Stelle würde ich mal sagen, ist die Folge vorbei. Wir machen dann gleich hier mit dem Einreißen des Tores weiter. Oh, ich schlag in die Luft. Einreißen des Tores gleich weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Cheerio. Ciao. Ciao. Tschüss.